Musik Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Justus und ich habe ein neues Video für euch. Und in diesem Video geht es mal wieder um eine Secret Location. Die findet ihr auf der Map, bisschen westlich von dem Golfplatz. Ist echt eine mega geile Sache, ihr seht es ja gerade im Hintergrund. Ich zeige es auch gleich nochmal auf der Karte. Es ist einfach nur mega geil. Es ist eine Villa mit Pool, mit einer Krotte. Es ist einfach der perfekte Platz für ein Tuning-Treffen und das Allerbeste ist, nachts, wenn ihr etwas wartet, wie ihr im Hintergrund seht, kommen noch mehr Leute, um mit euch hier zu feiern. Und ich möchte eigentlich gar nicht so viel hier über dieses Location erzählen. Ich würde einfach, ehrlich gesagt, das Video ein bisschen laufen lassen im Hintergrund. Da könnt ihr es euch angucken oder ihr guckt es euch im Spiel einfach direkt an. Aber ich kann euch wirklich nur empfehlen, diesem Kanal hier ein Abo dazulassen. Ich habe auch jetzt ein Netzwerk mit erstellt. Checkt das auf jeden Fall mal ab. Link dazu ist ganz unten in der Videobeschreibung. Könnt ihr auch gucken, wer da noch so ist. Und MrHappyTV, wir haben auch Comedy-Leute. Ist echt lustig zum Teil. Guckt euch das echt mal an. Und ja, lasst auf jeden Fall ein Abo und ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und ihr merkt, Secret Location, wie es wollt. Jetzt auch war noch Far Cry letztens. Ich habe gesehen, naja, ein paar hat es nicht so gefallen, ein paar hat es gefallen. Gucken wir mal, wie das sich entwickelt. Ich habe noch eine Folge aufgenommen, die kommt dann auch noch. Und ja, gucken wir mal, wie es sich entwickelt. Und haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Euer Justus. Euer Justus. Hatswagin' all of the danger Can't wait because there's not enough danger People never touch the ground We're the little game for now